Aber hier, schauen Sie sich das nochmal an. So macht man sich zum, die Abrechnung, die boxerische Abrechnung. Möglichkeit für ein Schisora sich ranzuschieben und ein paar Punkte zu setzen und sich da ranzuschieben an den Gegner und da dann Kombinationen zu schlagen. In der Versuchung, gedeckt. Das Problem ist auch, wenn er rückwärts geht, die Stellung ist es dann schwerer, wirklich Kraft zu entwickeln. Das Problem ist auch, wenn er nicht mehr so ist, dass er nicht mehr so ist, dass er nicht mehr so ist, dass er nicht mehr so ist.